Ich habe hier jetzt noch ein Stück vom Fußboden in der Hand, der zurzeit hier im Gottesdienstsaal verlegt wird. Wie man sieht, letzte Arbeit, bevor wir dann umziehen und einziehen können und ab 30. März hier unseren ersten Gottesdienst befeiern. Man hat schon mal eine tolle Perspektive von dem Raum und auch von der größeren Töne. So, nun haben wir einmal die Perspektive gewechselt, das Kreuz im Hintergrund. Dieses Kreuz wird auch von der Rosenheimer Landstraße aus gut zu sehen sein und lädt sich sozusagen ein in unsere Räume. Wir feiern hier ab 30. März unsere Gottesdienste, dann direkt morgen zum 10 und abends um 19 Uhr. Dazu lade ich Sie ganz herzlich ein und ich würde mich freuen, Sie persönlich hier in unseren Räumen begrüßen zu dürfen. Nach den Gottesdiensten ist dann auch Gelegenheit, die Räume einmal intensiver kennenzulernen und es wäre schön, wenn wir uns dann treffen könnten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, verabschiede mich für heute von Ihnen und wünsche Ihnen Gottes Segen. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!